Sehr schön, ist mal wieder was anderes, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so einen bunten Garten mit so schönen Farben der Blumen. Das ist mal ein Auszug Werte, mit dem Hund hier einen kleinen Spaziergang zu machen und werde ich auf jeden Fall das nächste Mal einen Angriff nehmen. Es ist einfach das Familiäre hier, das Wohlfühlen. Du kennst einfach jeden Mitarbeiter im Verein, er ist sehr übersichtlich, alle sind sehr freundlich, alle sind hilfsbereit und das findet man nicht oft im Fußball und habe mich die vier Jahre, wo ich hier war, sehr wohl gefühlt. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, wie viele Pflichtspiele ich schon gemacht habe für Darmstadt. Aber natürlich, 150 Spiele für einen Verein ist eine stolze Anzahl, da kann man sehr stolz drauf sein, aber es sollen noch einige drauf kommen. Ich will noch so viele Spiele wie möglich machen und so viele Spiele wie möglich auf die 150 drauf packen.